Hier ist ein Bahnmuseum. Wir haben uns aber gesperrt und gesoffen. Das ist ein Verschloss davor. Die österreichische Bahnviertelbahn ist eine alte Diesel-Dampflok. Schöne Nummer 4786. Die ist schön. Ruhestand. Die gute. Ich hoffe mir kommt auf der Dampflok. Was geplant soll ich eventuell Dampflok fahren. Das ist nicht spannend. Da kann man sogar reinschauen. Wahnsinn. Da kann man sich die Lok anschauen. Jetzt Kessler. Das war heute noch ein mühsames Bahn. Jetzt noch Kessler. Haben die Leute irgendwas reingeschmissen. Na ja. Schön, schön. Hat er ausgeschaut. Der Fahrer. Aber jetzt. Ja. So ist das. Jetzt wird es dampfig. Jetzt wird es dampfig. Es kommt eine Dampflok. Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinn. 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 Die Fahrer muss auch stehen bleiben. Jetzt gibt es was. Ja. Der Haltestell muss stehen bleiben. Köpfe raus Töpfe raus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.